Die Brennstäbe wurden gefunden und die Verantwortlichen sind entweder tot oder verhaftet. Ist die Gefahr gebannt? Ich habe ihm eine Injektion gegeben. Dann existiert also nichts, was auf uns hindeutelt. Vielleicht doch. Er war Insanitäter, der mir irgendwie bekannt vor kam. Ich kann im Moment nicht ausschließen, dass er mich erkannt hat. Das Risiko sollten wir nicht eingehen. Zum ersten Mal im FreeTV. Die finale Staffel 24 in Doppelfolgen. Nächsten Montag um 22.25 Uhr bei Kabel 1.